Herzlich Willkommen zu meinem Sonntagswort heute am 4. Advent. Im sonntäglichen Evangelium nach Lukas geht es heute um die Begegnung von Maria und Elisabeth. Zwei besuchen sich, oder besser gesagt, Maria besucht Elisabeth. Sie ist mit ihr verbunden, sie begegnet ihr. Wo können wir vielleicht heute an diesem Sonntag mit Menschen verbunden sein? In Gedanken, in einem Telefonat, in einem Besuch. Okay, das ist vielleicht etwas schwieriger im Moment, aber wie können wir heute vielleicht mit Menschen verbunden sein? Ich wünsche euch gute Verbindungen heute und den Segen Gottes, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen einen guten und gesegneten 4. Advent.